Von der Mordkondition, kann ich gerade sagen. Wir haben den Auftrag zu tun. Noch ein Level ab. Das läuft ja wie am Schnürchen. So, da ist nichts. Einmal lesen, bitte. Notvorräte, bringt diese Truhen so schnell wie möglich in den Burgfried. Welche Truhen? Ich sehe ja gar nicht. Ach, die Truhen. Nö, äh. Kann ich bitte erst leer machen, bevor ihr die in den Burgfried bringt? So, jetzt könnt ihr es ja von mir aus mitnehmen. Hm. So, auf in die zweite Ebene. Das läuft ja doch ganz gut. So, geradeaus rechts, links, überall kann man lang. Da ist ne Kiste. Da ist nix. Ach, ja. Ah, von der Mordkondition auch welches. Was ist das hinten an uns? Auch zwei, alles klar. So. Dann machen wir es doch ganz einfach. Hier bei der Fertig. Und hier werde ich vernünftig. So, die sind auch weg. Da ist wieder ein Hebel. Da ging gerade die Tür auf. So, dann lassen wir mal meine Ecke kommen. Ha, schönen guten Tag. Sie sind alle von der Elite-Miliz. Kostum zerreißen. Und Schaden. Vergift. Okay, die Zauberin hat widerstanden. Schaden, Schaden, Schaden. Schaden, 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 Schaden. Keine Hebel. Das heißt, wir könnten eigentlich... Ach komm, wir rasten. So, die Tür geht von hier nicht auf, alles klar, die auch nicht. Das heißt, einmal bis zum Anfang zurücklaufen. Vor allem, das Vergiften ist doch gar nicht so teuer. Wie kostet das? 15 Mana. Das ist eigentlich ein Witz. Vor allem machten die NPCs das mit uns ja auch. Ach, die Tür geht auf und du haust mir gleich ein Feuerball um Ohren? Da gibt's Pfeile. So, alle drei in einem Feld. So will ich das haben. Wow. Wow. Ach, das ist doch eigentlich schon wieder fast zu einfach. Wasser sind so immens schwer. Ja. Na. Sag ich, hier laufen Zauberer rum und sowas, lassen dann die Leichen auf dem Bett liegen. Unglaublich. Sag mal entsorgen. Wow. Wow. War das sowas wie ein Crit? Okay. Ich sag gerade eben noch, ne? Ist das schon wieder fast zu einfach. Nummer eins. Ich muss den Kampf neu überleben. Mehr nicht. Mehr nicht. Ah. Verdammt. 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 Verdammt, 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 verdammt. Ja, Pesti, es ist zu einfach. Viel zu einfach. Ganz genau. Scheiße. Was? Ach so, ja, die Tür musste von außen, äh, von woanders gesteuert werden, die auch, alles klar. So weit sind wir gewesen. So, da waren die Freunde. So. Bevor wir aber weitermachen. Level up. Ähm. Vitalität. Wahrnehmungsschaden. Unser Tank. Geht auf Lebenspunkte. Unser Jäger sollte eigentlich auf Wahrnehmung gehen. So viel haben wir gerade nicht im Fernkampf. So, und du brauchst immer noch Mana. Dann. Definitiv leichte Rüstung. Schwerter. Unser Tank. Unser Tank. Ehm. So, kriegst du. So viel Kriegsführung Mana. Abfangen, heftiger Schlag. Schädelspalten Wenn du das schon gelernt hast, wo sind deine Zauber... Ach da! Hm, unerfällsamer Angriff brauchst du ja eigentlich nicht. Du hast das gar nicht. Ach komm, bevor du gar nichts hast... Ähm, Axt. Ghost. Was machen wir mit dir? Die leichte Rüstung ist auf Maximum. Du bist ein Ferngämpfer, ich mach dich jetzt. Auf Maximum. So, und dann haben wir die Magierin. Erdmagie für unsere Heilung. Ups, jetzt haben wir noch einen Punkt über. Äh... Da hin. So. Dann... Wir haben so viele neue Ausrüstung, ne? Das ist billig. 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 Das hier doch auch. Ne. Ne. So. Schuhe haben eigentlich alle Schuhe an. Genau. Die können weg. Die sind scheiße. Dann leichte Rüstung kannst du tragen. Und du... Bei dir macht das minus 12... Ne. Plus 1 Rüstung, minus 6 Angriff. Und bei dir... Plus 9 Rüstung, minus 12 Angriff. Warum kriegst du das? Und bringt dir das was? Minus 1 Rüstungswert, aber plus 6 Angriffswert. Gebon. Das kann weg. Das ist für... Für Madame. Oder? Ja. Aber schlechter. Das ist Billigring. Den müssen wir identifizieren. Das Schild. Tandur. Kann. Äh... Nein. Schwert. Anfänger der Fertigkeit. Beide nicht. Achso. Beide nicht. Beide nicht. Beide nicht. Haben wir... Wir haben 2 Einhand... Ne. Hab ich nicht. Äh... Das hat gar keiner von uns. Kann erstmal weg. Kopfbedeckung. So. Du hast Kopf. Du nicht. Willkommen. Gauß kann man ein bisschen Schmuck auf dem Koppel tragen. Das ist die Halskette. Die kann weg. Halskette kann weg. Handschuhe. Die braucht der Tank auf jeden Fall nicht. Sie hat einen Arm, Ralf, mit einem Rüstungswert. Was ist das? Zwei Rüstungswert. Komm her, kriegst du das und unser... Ey, wir machen hier echt so einen Gay-Ghost. Streitkolben. Für Beidhändigkeit kann weg. Piratensäbel. 16 bis 20 Schaden. Auf jeden Fall besser als der Shantiri-Kurzschwert. So. Dann haben wir hier ganz tolle Rönch-Sandalen. Du hast Schuhe, du hast Schuhe. Du hast Schuhe. Du hast Grüne. Du hast... Du kriegst die. Das kommt weg. Und nochmal zwei Rüstungen kannst du haben. Halt. Die sind schon mal gelevelt, die Schuhe. Wie geil ist das denn? So. Du kriegst die. Das kann weg. Und jetzt haben wir noch einen Bogen. Hallo, wieso zeigt ihr mir beim Bogen Reisestiefel an? Ab und zu ist das echt noch verpackt. Das macht 19 bis 35, 20 bis 36. Ich weiß nicht. Wir lassen das so. Wer kann denn... Hat denn noch einen Bogen? Du. Du kannst nur eine Armbrust. Du kannst nur eine Armbrust. Alles klar. Das muss identifiziert werden. So weit, so gut. Ach ja. Oh, es kommt alle in ein Feld. Lüstung. Allen in ein Feld. So lieb ich das. Ähm... Lüstung zerreißen. Spott. Angriff. Vergiften. Angriff. 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 Eilung. Perfekt. Jetzt, ähm... Sondern... Ihr seid alle nicht mehr vergiftet, ne? Bitteschön. Soll ich noch mal ne Heilung raushauen? Spotten, Angriff. Rüstung zerreißen. Spot. Angriff. Leialer Brau. Wie immer Mana. Rüstung zerreißen ist drauf. Angriff. So. Mitgenommen. Da ist nix. So. Das ist doch die Stelle, wo ich vorhin gesagt habe, es ist ja so easy. Tür aufgemacht. Tot, ne? Ach ne, das war die Tür nicht. Dann kommt die Tür gleich. Äh, war hier noch was? Nein. Dann war das die Tür. Ja, das war die Tür. Äh... Ich fühle stärker. Oh mein Gott. Rüstung zerreißen. Abgewehrt. Toll. Spotten. Hat funktioniert. Gift. Get my animal! Get my animal! Oof. Oof. Das ist absoluto. Wobei man hat frustration. Bein viel East. Wobei.